Musik Wenn ihr auf der Suche nach einem Beruf seid, wo ihr Menschen helfen möchtet, gleichzeitig aber auch das Handwerk mit in dem Beruf haben möchtet, dann seid ihr hier richtig. Der Orthopädie-Technik-Mechaniker ist ein Beruf, der eine Vielfalt mit sich bringt, was in anderen Berufen ganz, ganz schwer zu finden ist. Schaut mal rein, guckt euch das an. Ihr könnt Menschen helfen, ihr könnt aber auch handwerklich einiges leisten, Prothesen bauen und am Ende dann gucken, wie eure Arbeit im Alltag umgesetzt wird und damit Lebensqualität schaffen. Untertitelung des ZDF, 2020